Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Fesky Test. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Ich habe Fesky schon da und wir haben noch exakt fünf Sorten, die wir zusammen testen können bzw. die ich für euch teste und ihr guckt mir dabei zu und habt euren Spaß. Pineapple Bomb, Battle Peach, Double Kill, Boomberry und Yellow Tiger. Auf was habe ich denn heute mal Lust? Also ich würde sagen, wir nehmen den Double Kill. Die Sorte probieren wir heute aus. Wenn ich die jetzt wieder in die Kamera halte, seht ihr die nicht, weil die ausgeblendet wird durch meinen Queenscreen. Aber Fesky Next Level Focus Double Kill. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Süßungsmittel. Geschmacksrichtung Zitrone Limette. Okay, ich habe meine Packung wieder hier. Einmal aufreißen und ich denke, mir sticht schon ein richtiger Zitronengeruch in die Nase. Ja, wir gucken mal, ob es auch wirklich Zitrone Limette ist. Es müsste ja so gelblich grünlich theoretisch gesehen sein. Von der Färbung her. Dann packen wir hier einmal zu. So. Ihr seht schon. Durchsichtig gelblich und jetzt wird geschüttelt. Und wie geht es euch so? Was macht ihr so, wenn ihr mir zuseht, wie ich Gaming Boost teste bzw. probiere. Ich muss jetzt schauen, dass ich 30 Sekunden mindestens schüttle. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mal sehen, ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich schon wohnen. Ja, wenn das nicht alles so auf die Hand gehen würde. Ich meine, manche haben ja damit Erfahrung. Aber ich hätte es ja nicht wirklich so. Ich lasse lieber schütteln. Also, vergesse das einfach, was ich jetzt gesagt habe. Wir konzentrieren uns weiter auf unseren Trink. Und es sieht doch eigentlich ganz gut aus. 40 Sekunden. Ich halte mal weiter weg. Dann seht ihr ja gelblich, weiß. Wenn ich ihn dran halte, sieht es ein bisschen aus. So, jetzt hat es wieder. Guckt mal, so sieht er aus. Jetzt bin ich nur gespannt, ob er auch so schmeckt, wie er aussieht. Also, wie gesagt, Zitrone, Limette. Also, der riecht so richtig wie... Also, nach Zitrone auf jeden Fall. Wie kann man das beschreiben? Das ist wie so Zitronenbonbons, die da so, wenn man so eine Packung aufmacht und Vitamintrinks. Ich sage, ich probiere einfach jetzt mal. Wir gucken mal. Also, sauer ist er. Nach Zitrone schmeckt er auch. Ich denke mal, er wird auch nach Limette schmecken. Aber Limette ist ja sowas ähnliches wie Zitrone. Also, der säuerliche Geschmack von der Zitrone, der kommt auf jeden Fall raus hier. Und wer halt ein bisschen was Kitzliches oder ein bisschen was Aufregendes und säuerliches mag, der ist auf jeden Fall mit dem Doppelkill gut beraten. Wie gesagt, Zitrone, Limette, natürlich Zucker. Fulber zur Herstellung eines Getränkes mit Vitamin C, L-Turosin, Taurin und Koffein. Also, alles gut. Also, ich habe jetzt Power. Ich kann jetzt wieder spielen ohne Ende. Und euch wünsche ich einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und lasst gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.